Der Octavia ist ja ein richtig cooles Reiseauto, hast du mir gesagt. Du bist ja jetzt auch viel Autobahn gefahren mit dem. Du bist ja von Hamburg nach Hannover gedüst und hast ziemlich geflucht über die eine Stelle bei Schwarmstedt, wo immer Stau ist. Hat der Octavia dir da irgendwas geboten, um da ein bisschen besser durchzukommen? Na ja, also außerdem Live-Traffic, dass man den Staub fahren soll, was ja üblich ist bei modernen Navigationsgeräten erstmal nicht. Es sei denn, darauf hast du mich aber hingewiesen. Und ich so, ja was denn? Ja, es gibt sogar Stau voraus. Ich so, wie Stau voraus? Du hast doch Live-Traffic. Ja, dann kriegst du die Staubmeldung sowieso und die Umgehungsempfehlung. In Deutschland haben wir so tolle Begriffe. Umgehungsempfehlung. Und ich so, Stau voraus? Was? Und wir haben jetzt hier ein Ziel eingegeben in Hannover. Das können wir simulieren. Wir machen mal die Karte einfach größer und tun so, als würde irgendwo ein Stau auftauchen. Zum Beispiel jetzt hier vor uns. Das ist alles grün. Also diese grüne Fahrtstrecke, das ist unsere Navigationsroute. Und wenn man jetzt weiß, der ist ein Stau und ich kenne mich hier nicht aus und weiß nicht, wie ich fahren soll, gehe ich hier auf Route. Also drehe mich auf den Straßenverkehr, damit ich jetzt dem abbiegenden Auto vor uns nicht hineinfahre und sage, Stau voraus. Und jetzt fragt er mich, wie viel ist denn der Stau voraus? Und ich so, okay, zwei Kilometer. Einfach geschätzt, Pi mal Daumen. So, jetzt berechnet das System eine neue Route und sagt mir hier schon an, dass rot ist. Das heißt, okay. Und ich soll jetzt nämlich hier, sagt er mir, drehen. Also ich mache das jetzt mal größer. Und wir fahren jetzt auch mal so. Jetzt fahre ich nicht die vorgegebene Route, sondern ich fahre jetzt hier links. Wo auch immer das ist. Ich kenne mich hier absolut nicht aus und wüsste nicht, wie ich den Weg umfahren sollte. Und deswegen sage ich ihm jetzt, habe ich dann gesagt, okay, zwei Kilometer und jetzt fahre ich bitte andersrum. Jetzt führt er mich zurück erstmal durch mir völlig unbekannte Straßen. Und das kann man ja schon sehen an der Route, wenn man jetzt ein bisschen zoomt. Ich fahre mal ein bisschen langsamer hier. Vielleicht kann man das größer sehen. Hier war die ursprüngliche Route, wo wir hätten fahren sollen. So rum, zwei Kilometer. Kann man jetzt scrollen, kann man immer noch sehen. Alles rot. Und er hat gesagt, gut, kein Problem. Ich gebe dir eine andere Route. Du fährst jetzt hier so parallel dran vorbei. Hier so weiter. Und dann ganz normal weiter bis halt eben zum Zielpunkt. Und dieser rote Teil, auf den haben wir verzichtet. Das ist ja praktisch. Auch innerorts. Ich meine, ich muss gestehen, ich habe die ja auch schon ausprobiert, sonst hätte ich dir ja nicht berichten können davon. Ich habe die für eine Ampel eingesetzt. Na warte, es wird dann noch viel besser. Jetzt kann ich ja sagen, die sind aber ein riesen Umweg. Ach weißt du was, ich fahre jetzt doch durch den Stau. Ja, dann gehe ich hier drauf und sage, Stau voraus. Aufheben. Möchten Sie aufheben? Ja, möchte ich aufheben. Die Route wird jetzt neu berechnen. Achtung, was jetzt passiert. Zack. Jetzt kommt dann wieder auf das alte. Jetzt soll ich halt natürlich hier drehen. Ja, jetzt wird er mich wieder auf den Ursprungsweg zurück. Aber das ist ja praktisch. Ja, siehst du. Hast du nicht gewusst, dass man es aufheben kann? Also man kann nur einen aufheben. Es ist auch nicht so, dass es sich übrigens merkt. Also nicht, dass man jetzt denkt, dass es jetzt für ewig gespeichert. So, wenn man das Auto ausschaltet, ist dieses Stau voraus. Diese Strecke, da auf jeden Fall aufgehoben, dass man die auch nutzen kann normal. Sonst würde ja immer nerven. Ja, ich habe es nicht ausgeschaltet, weil ich immer nur ein, zwei Kilometer hatte. Und wenn ich der Umleitung gefolgt bin, war es natürlich sofort wieder weg. Wenn der Stau umfahren ist, ist es auch vorbei. Ja, logisch. Dann ist es natürlich auch wieder weg. Also ich finde das eine tolle Funktion, weil die nutzt wirklich. Selbst in Städten, wo man sich auskennt. Ich komme ja aus Frankfurt. Ist ja viel schöner als Hannover. Ja. Da können wir drüber diskutieren. Da kann man lange drüber diskutieren, aber wenn man nie aufhört. Also ich kenne ja nicht alles in Frankfurt. Und wenn da irgendwelche Stausstrecken sind, und das sind immer ein paar, du fährst dann nie in Seitenstraßen. Und da sind ja häufig Sackgassen und Einbahnstraßen und echt Wirrwarr. Und wenn du dem System hier dann sagst, doch fahr mich jetzt um den Stach herum über die Hauptverkehrsstraße. Ich will das nicht. Habe ich mir früher nie getraut. Und mit dem System könnte ich jetzt sagen, okay, egal wo ich bin, in welchem Stadtteil, mit den Sackgassen und Einbahnstraßen, mir egal, fahr den nicht. Ja, ein Kilometer, irgendwie anders bitte. Lohnt sich bestimmt. Man kennt es halt nur nicht. Diese sogenannten Schleichweg-Tracker. Das hätte ich in Berlin gebrauchen können. Da ist es mir mit der Navigation nämlich so gegangen, dass das Kartenmaterial nicht so aktuell war wie leider die Baustelle. Und immer wieder versuchte mich das Navi, wenn ich dann anders gefahren bin, zur selben Stelle wieder zurückzubringen. Es war ein Kreisel, der gesperrt war. Und ich kam von jeder Seite an den Kreisel einmal ran. Lost in Space mit solchen Navigeräten. Absolut Lost in Space. Und mit Stau voraus hätte ich einfach sagen können, da ist ein Stau und dann hätte er den definitiv nicht nochmal angefahren. Also diese Funktion sollte eigentlich wirklich nie ein Navisystem drin sein. Ja, das finde ich praktisch. Bietet er denn noch was an? Ich meine, wenn das jetzt zum Beispiel, man kann ja nicht immer sagen, wie lang der Stau ist. Ich habe es ja eingesetzt, wie gesagt, in der Stadt mal für eine Ampel, wo ich gesehen habe, das ist fast ein Kilometer, stehen die da Schlange bis zur roten Ampel. Kann man das auch einfach mal so sagen, ich will nicht jetzt die Strecke fahren, komm, fahr mich mal woanders hin und nicht erst umständlich ein Zwischenziel irgendwie einstellen. Da gibt es doch bestimmt auch irgendeine Funktion dafür, oder? Also ich habe dich jetzt die ganze Zeit hier angeguckt, weil da war gerade die rote Ampel. Klar, gibt es das. Und zwar, wir haben da was vorbereitet. Da musst du mir jetzt aber helfen, weil ich muss jetzt auf die Straße nicht konzentrieren. Das haben wir hier bei Route. Genau. Und zwar Route in Karte ändern. Das ist jetzt ein ähnlicher Modus, nur manueller. Da darf man mit dem Finger Wegpunkte verschieben. Ja, das dauert. Und dann überlegt sich jetzt halt die Strecke nochmal, die wir gefahren sind. Die zeigt dir jetzt an. Jetzt würdest du mit dem Finger, du kannst auch reinzoomen, wenn es jetzt so groß ist. Könnt ihr jetzt so machen. Oder mit dem Knopf. Da gefällt mir das nicht. Ich will mal was anderes sehen. Und zwar hier wollte ich noch hin. Weil das ist ja nicht nur eine Staumfahrung, sondern ich möchte auch mal da vorbei vielleicht. Oder wenn ich jetzt sage, ich möchte hier zum Beispiel den Gärplatz, da möchte ich jetzt nicht weiter geradeaus fahren, sondern vielleicht einfach mal hier drüben. Genau. Dann müsste ich das ja hier, die grüne Strecke, hier rüberziehen. Richtig. Okay, das war jetzt nicht intelligent, was ich da gezogen habe, weil er mich einmal im Kreis führt und wieder zurück auf dieselbe Strecke. Wieso? Du wolltest da hin? Und er sagt, der Zoo fährst du da hin. Und wir fahren aber trotzdem weiter auf der Route dann später. Weil das ist ja nur ein Wegpunkt verändert worden. Ist nur ein Wegpunkt, ist also kein, ich kann es nicht dafür nutzen, um etwas zu umfahren unbedingt, sondern aber ich kann ja sagen, oh, ich weiß, da drüben ist jetzt der Kick, da will ich noch schnell einkaufen kommen, schnell zack, ohne dass ich jetzt umständlich was machen muss. Richtig. Zum Beispiel hier ist es halt eben über den Kanal mal zu fahren. Ich will mal den Kanal sehen. Ich weiß gar nicht, welcher Kanal ist. Hannover hat ja seine Flüsse zugebaut. Mittellandkanal. Mittellandkanal, richtig. Und ihr habt den, wie heißt der andere mit L? Die Leine. Die Leine, die habt ihr zubetoniert. Super clever, tolle Ausgehorte, Möglichkeit, nix. Ja, Beton. Ja, super clever in Hannover. Gefällt mir nicht. Da gibt es einen super schönen Flohmarkt. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich das jetzt verschoben. Egal, Flohmarkt hin und her, da wollen wir jetzt hin. Der ist nämlich genau da, auf der Strecke. Den gucken wir uns jetzt an, also wenn er da wäre. Und da habe ich ihn mit dem Fingernchen verschoben und da hat er gesagt, pass mal auf, hier fährst du nach oben, dann fährst du hier nach unten und dann fährst du wieder weiter nach Hause. Das Praktische, was ich daran sehe, ist ja, dass er dir gleich anzeigt, was in der Nähe ist, zum Beispiel Tanke. Oder ein Krankenhaus oder ein Park oder eine Einkaufsmöglichkeit. Er zeigt es ja mit den blauen Symbolen, sodass du einfach mit dem Finger die Route dorthin halt umlegen kannst, wenn du weißt, ich muss tanken und willst nicht erst, wo ist die nächste Tankstelle machen. Okay, lassen wir uns da hin navigieren. Ja, mal schauen, wo wir da rauskommen. Er rechnet jetzt die Route neu, also auch wegen wie lange dauert es und so weiter, das braucht er ja alles hier, deswegen kalkuliert er jetzt neu. Nun hat es eine neue Ankunftszeit berechnet, neue Weglenkenstrecke und fertig. So, das war mit der Routenführung auf der Karte. Wie findest du die Funktionen eigentlich? Ich finde die sehr praktisch, weil wenn man einfach mal unterwegs ist, vielleicht kriegt man einen Anruf von wegen, hey, was machst du denn gerade? Ach jo, fahr hier durch die Gegend. Ja, du, ich bin auch hier in der Nähe im Restaurant, komm doch mal vorbei. Ist das so bei dir? Ja, bei mir ist das so. Ich fahr schon nie gehabt. Echt dich? Scheiße, ich habe keine Freunde. Ja, Hannover ist ein Dorf, da trifft man sich ständig und überall. Da ist es sehr praktisch. Also, ich habe schon oft gehabt von wegen, ach komm, wir fahren hier gerade lang. Zum Beispiel, wenn wir einkaufen waren beim Real, fahren hier genau diese Strecke, wo wir gerade sind lang, so ganz spontan, ach, weißt du was, komm, lass bei meinen Großeltern vorbeifahren. Okay. Wenn ich jetzt einen Fahrer habe, der nicht automatisch weiß, wo es lang geht, zack, einmal hin, mit dem Finger da drauf und dann ist man bei meinen Großeltern zum Beispiel. Okay. Oder wenn man irgendwo ist und möchte da raus und dann einfach mal so, zack, komm, wir versuchen mal da langzufahren. Also, ich kann das touristisch vorstellen, weil du, manche Navis haben ja mit, das ja auch, wenn du es jetzt reinzoomst, ich gucke mal gerade, ist das jetzt hier drin schon, wo du Gebäude sehen kannst, ne? Also, so Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, bei dem ist es jetzt nicht, bei manchen Navis siehst du so Sehenswürdigkeiten, dann kannst du sagen, ach, das sieht spannend aus dem Gebäude, da würde ich diese Wegpunktfunktion nehmen und einfach hin verschieben und sagen, komm, fahre mich da vorbei, ich weiß ja nicht, wie ich da hinkomme. Also, dafür würde ich es nutzen, spontan anrufen, im Ausgang von irgendeinem Kumpel, kommen wir vorbei in der Bodega-Wahrt, da bin ich doch nicht so weit. Ja, Hannover ist im Dorf, wie gesagt, wir sind sehr kontaktfreudig. Okay, cool. Ja, da funktioniert das. Mein Favorit ist da voraus, definitiv. Ja, das definitiv, weil das hilft ja nun wirklich ungemein. Habe ich ja schon ein paar Mal verwendet. Ich meine, die Funktion jetzt mit, wir ändern mal eben die Route, ist praktisch wirklich, wenn du irgendeinen Servicepunkt draus, wie die nächste Tanke, komm, zeig mir mal die Karte und zack, ich ziehe die Linie jetzt genau auf die Tankstelle und dann komme ich da hin. Ja, gut, dafür hast du aber jetzt, ich meine, also, wenn es darum geht, das würde ich ja nicht benutzen. Einmal hast du hier diese Tanksymbole auf der Karte, ja, da kannst du die Karte, also auf der Karte direkt die Tankstelle ansteuern. Du siehst ja schon die, ich muss mich auf die Straße konzentrieren, du siehst ja, was das, irgendeine Muschel, ja? Keine Ahnung, welche Firma das ist. Shell. Was? Jetzt machen wir Markenwerke. Ahal. BP, gibt es BP noch? Nee, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Die sind voll die Markenfels, super. Also die kann ich hier mit dem Finger ansteuern, direkt, und kann sagen, okay, starten, fühle mich da hin, oder aber du gehst über den Klassiker, ich weiß nicht, ob das viele machen überhaupt, auf weitere Sonderzähle. Hier sind schon Tankstellen voreingestellt, und suchen wir alle Tankstellen in der Umgebung, und jetzt kannst du hier sehen, die, 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 und bei der Route, auf der Autobahn übrigens auch so, dass man sagen kann, auf der Route voraus, und so weiter, dass du jetzt nicht irgendwie 10 Kilometer zurückfahren musst, sondern alles, was voraus liegt. Und hier siehst du die drei Dinger, klickst du eins an, sagst, das will ich haben, fühle mich da hin und fertig, ja? Da hast du aber nur die Entfernung, da hast du nur die Entfernung drauf, weißt aber nicht, liegt die auch wirklich in meiner Strecke, wenn du jetzt, ja, aber wenn du jetzt diese andere Funktion mit, ich ziehe jetzt meinen grünen Strich dorthin, weiß ich, dass ich die tanke, zwar vielleicht nicht die nächste, aber auf meiner Strecke nehme. Okay, Frauen haben immer recht, du hast auch recht, das stimmt tatsächlich, ich bin überzeugt. Ja, das freut mich. Und guck mal, wo die nächste Tankstelle ist, hätte man gar nicht gebraucht. Ich muss ja jetzt nicht das Beispiel mit der 100 Meter entfernten Tankstelle nehmen. Wir benutzen aber das Navi aus Prinzip, dann muss es da hinzudem gehen, ja klar, alles klar. Geeks, Nerds. Kann ja passieren, es gab es ja durchaus schon, dass ein Navi dann gesagt hat, fahr erstmal über den Pazifik, um dann 300 Meter weiter zur Tankstelle zu kommen. Genau, richtig. Kann es also geben. Nein, ich finde es schöne Serviceleistung, du kannst halt einiges machen damit, einfach spontan und da finde ich es praktisch. Rote Ampel. An einer roten Ampel darfst du auch mal in die Kamera gucken. Ja, definitiv. Du darfst jetzt eine Verabschiedung sprechen in die Kamera. Eine Verabschiedung, ja, hat mir Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, wir machen gleich noch ein Video. Ja, das ist wunderbar, solange wir keinen Unfall bauen, wird es das auch geben. Nein, ich gucke immer auf die Straße. Das ist sehr gut, dann fahr mal schön und guck auf die Straße.